ich gehe auf die autobahn jemand hat gesagt ich soll ein video drehen wie ich auf der autobahn fahre weil ich übel schiss habe aber nicht alleine weil ich nicht dass ich alleine traue wir gehen nicht auf die autobahn wir fahren wir fahren auf die autobahn wir werden gleich eine gopro dahin stellen damit wir keine kamera in der hand halten müssen vor allem ich weil ich fahren muss also ich habe eigentlich schon beim leben abgeschlossen ich will auch gar nicht los fahren ich habe die oder beine wenn du brauchst antischweiß extra stark finde ich habe ich das ist echt so besorgt wirklich okay Okay. Hör, gib Gas jetzt. Soll ich fahren? Ja. Entschuldigung, ich bin jetzt aufgeregt. Soll ich fahren? Stopp! Hallo! Soll ich fahren? Hallo? Du fahr hier rechts so. Da passen zwei Autos durch. Gar nicht. Doch. Drück durch. Nein, nicht hier. Das heißt die ganze Zeit. Drück durch. Jetzt rechts verlängst. Ja, da ist aber niemand. Das ist jetzt übrigens das zweite Mal, dass ich auf einer Autobahn fahre. Das erste Mal bin ich dann mit dir gefahren. Nach Haare. Ich weiß jetzt noch ganz genau. Wo du rechts auf den Seitenstreifen, wo man eigentlich steht, wenn man einen Unfall hat. Einfach da, das ist, das wäre die rechte Spur. Du wolltest einfach da drauf fahren. Ja. Und ich so, was machst du? Und die Fälle warst auf diesen Standstreifen da rechts. Ich war einfach aufgeregt. Gut, dass ich dabei war. Du sagst, es ist sofort chillig. Der Streifen ist frei. Ich nehme den. Geht's jetzt direkt auf die Autobahn? Jetzt geht's direkt auf die Autobahn. Ich will nicht. Kann ich nicht. Hallo, konzentrier dich jetzt. Kann ich hier noch umdrehen? Nein, kannst du nicht. Du konzentrierst dich jetzt dabei. Das ist jetzt kein Spaß mehr. Jemand ist hinter mir. Oh Gott. Ja. Fahr erstmal. Erstmal Gas geben. Oh Gott. Gebarst. Blink, blink. Und jetzt zieh rüber. Aber nur auf die erste. Okay. Oh mein Gott. Auf zu blinken? Ja. Jetzt bleib hier. Okay. Wie viel muss ich jetzt fahren? Also 100, ne? Ja. Fahr einfach so mit 100. Leute. Also wenn jetzt dieses Video schaut. Ich bin Autobahn gefahren in der Fahrschule. Aber ich hatte trotzdem immer Angst. Ja und man fährt einmal Autobahn in der Fahrschule. Dadurch lernt man das auch nicht. Fahr mal links hoch. Jetzt. Warte, Schulterblick. Schulterblick. Richtig. Jetzt musst du auch ein bisschen Gas geben, ne? Warum bremsen die denn die ganze Zeit? Oh Gott, die bremsen. Ja, weil da wahrscheinlich irgendein Verkehr ist. Willst du meine Hand erfassen? Nein. Hände. Nein, gerade jetzt. Das ist richtig nass. Ehrlich? Bist du aufgehört? Ja, die ist das verfahren. Guckst du den Rückspiegel? Ey, der hat gerade von rechts überholt. Wer? Naja, also hinter mir. Hat jemand von rechts überholt. Gib mal Gas. Der will ja durch. So. Du musst ja auch gucken, dass du die reinlässt. Oh Gott, ich hab Angst. Oh Gott. Siehst du, jetzt drückt der dir in den Arsch. Ja und jetzt? Ne, nix. Fahr einfach. Aber der hinten macht bisschen Stress gerade. Aber egal, wir ziehen den gleich ab. Ja, wie wir ziehen den ab? Ich will nicht schneller als 120 Fahrten. Ist das normal, dass ich mein Lenkrad so fest halte? Das hatte ich am Anfang auch gemacht. Und am Ende hat meine Finger richtig gekramt. Schon? Willst du meine Hand wirklich nicht ablassen? Nein. Nicht einmal. Nein. Ich geb die gleichen fetten Händedruck nach der Fahrt. Mein Kopf juckt. Aber ich will nicht kratzen. Kratzen ruhig. Ja. Ja. Der hinten will durch. Der kommt ja immer näher. Das heißt, der ist schneller als du und du musst ihm jetzt Platz machen. Jetzt rechts rüber. Oh Gott, jetzt hab ich Angst. Nein, stopp. Nein, nein, jetzt nicht. Aber der will da jetzt rein. Lass den durch. Danke. Gib Gas, gib Gas. Jetzt rechts rüber. Jetzt. Jetzt. Fahr rechts rüber, Isabel. Guck mal, wie nah der hinten dran ist. Du musst den doch durchlassen. Das ist zu mir leid, das ist zu mir leid. Ich will jetzt erst mal hier bleiben. Nein. Jetzt wieder links rüber. Ich will jetzt erst mal hier bleiben. Tschö. Okay. Ich muss nicht kurz beruhig sein. Hast du gesehen, da wollte einer auf die Autobahn rauf? Ja, aber... Und der hinter dir wollte aber auch durch. Ich hole gleich. Ich hole gleich. Ja, du musst auch ein bisschen aufpassen. Ja, aber der wollte da rein und der links wollte mich jetzt überholen. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Denkst du, der war sauer hinter mir? Ja, der dachte sich bestimmt, was ist das für ein Busser? Ich fahre langsam aufs Gas. Beschleunige, schneller, schneller, schneller. Nee, der will jetzt auch. Na jetzt. Jetzt nicht. Nein, ich lass ihn durch. Er lässt dich durch. Nein, nein. Lachst du gerade? Nein. Du musst jetzt... Du musst ein bisschen aufs Gas gehen. Ja, bin ich doch. Ja, mehr. Mehr? Nein. Oh Gott, da jetzt ist jemand. Kann ich rüberziehen? Ja. Jetzt? Warte. Ja, jetzt. Sicher? Ja. Du hast doch einen Spiegel. Guck doch. Ja, aber trotzdem hab ich Angst. Guck wie schnell. Guck links. Ja, die sind so schnell. Boah, LK, wir sind so große Rechner. Oh nein, ich warte. Ja, dann warte. Ja. Ey, hier ist alles nass. Willst du mal riechen? Nein! Bodyguard! So, Freunde, die GoPro ist einfach ausgegangen, weil die zu heiß war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber da waren wir schon sowieso auf dem Rückweg. Ey, Leute, ihr habt ja gesehen, wie sehr Angst ich vor der Autobahn hatte. Weil so viele fragen mich ja immer, wenn ich Zug fahre. Ey, du hast doch ein Auto. Warum fährst du nicht Auto? Genau deswegen. Ich heule gleich. Sorry, aber Autobahn ist einfach nur schlimm. Also ich weiß nicht, wie man Autobahn mögen kann. Ich finde, das ist einfach nur purer Stress.